Moin Moin und Weidmannshei. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, auf dem Kanal schon mal was zum Thema Kaidex-Scheiden, Selbstbauen hochgeladen. Das war aber nichts Halberes und nichts Ganzes, weil wir konnten den Entstehungsprozess nicht so ganz filmen, weil es in der Firma von einem Kumpel war, wo mit Kameras und sowas eher schwierig ist. Aus dem Grund haben wir jetzt gerade, Drückkehrsaison ist rum, wir haben viel Zeit, das ganze Thema nochmal aufgerollt, Mario ist ja nicht. In diesem Video soll es darum gehen, aus Kaidex-Platten gibt es hier, wie gesagt, in bunt, in einfarbig, in verschiedenen Dicken. In diesem Video soll es darum gehen, daraus Messerscheiden selbst zu bauen. Am Anfang haben wir das noch gemacht, dass wir die Platten warm gemacht haben und dann mit der Hand gepresst haben, mit einem Lappen dazwischen. Wir sind jetzt aber schon in der nächsten Stufe angekommen und wir haben uns eine Kaidex-Presse gebaut. So sieht das ganze Ding aus. Am Anfang braucht ihr halt einfach erstmal irgendein dickes Material. Wir haben uns hier so, wie heißt das, Multiplex, Multiplex-Platten geholt, weil die halt innerlich stabil sind. Also wenn man da jetzt auch richtig presst, die verbiegt sich nicht, da bricht nichts, man muss keine Angst haben. Jetzt seht ihr hier unsere Konstruktion. Wir haben am Anfang ein bisschen im Internet recherchiert und die Jungs im Internet, die Pressen, die wir gefunden haben, die bauen die alle nach dem Schema, dass sie einfach zwei Platten nehmen und die hinten mit einem Scharnier einfach verbinden. Warum wir das nicht gemacht haben, seht ihr im weiteren Verlauf des Videos. Unsere Presse ist jetzt so aufgebaut, dass wir hier einen Rahmen quasi haben für die obere Abdeckung. Einmal Schaumstoff, dann Kaidex, Messer, Kaidex, dann zweiter Schaumstoff und oben drauf den Deckel. Wir haben jetzt hier extra diese Kanten hochgezogen, dass wenn wir das nachher mit Schraubzwingen zusammenziehen, die Platte hier nirgendwo mehr hin kann. Das ist jetzt hier, ich glaube, einen Millimeter auf jeder Seite haben wir Spiegel lassen. Sprich, wenn wir jetzt hier richtig fest mit Druck drauf gehen, es kann sich nichts mehr verschieben. Das Problem ist nämlich, wenn man zu viel Spiel lässt oder diese Seiten jetzt nicht gemacht hätte, es komplett ohne Scharniere gebaut hätte, am Ende verschiebt sich das Ganze beim Pressen um einen Zentimeter und unser Stück, unsere Kaidex-Platten hier drin verrutschen auch. Das wollten wir nicht, das sind wir hiermit umgegangen. Jetzt wird der eine oder andere sicherlich fragen, Maße für das Ding. Da haben wir gerade schon drüber geredet und wir wollen explizit keine Maße rausgeben, weil wir, Marius und ich, wissen ja nicht, was ihr vorhabt. Wir haben uns bei den Maßen einfach an einer Sache orientiert. Was ist das Größte, für das wir eine Kaidex-Scheide bauen wollen? Und das ist jetzt gerade dieses gute Stück hier. Und darauf haben wir dann unsere komplette Presse in der Länge angepasst. Für die Breiten haben wir auch noch ein bisschen mehr Luft gelassen, dass man damit irgendwann auch noch einen Scharbeinackt pressen kann, der vielleicht ein bisschen breiter ist als so ein Messer. Wichtig ist nur, dass ihr, wenn ihr das so abmesst, hier hinten noch ein bisschen Spiel lasst. Also ihr braucht oben auf jeden Fall ein bisschen Spiel, weil das muss ja auch ein gewisser Andressdruck herrschen, dass das Heft, die Parierstange, hier oben nochmal locker zwei Zentimeter Futter hat und dass ihr hier unten raus, weil hier unten ist der Druck erfahrungsgemäß dann nicht mehr so krass wie hier in der Mitte, auch nochmal zwei bis drei Zentimeter lasst. Also wenn ihr euch eine Presse nach dem Modus hier bauen wollt, guckt, was ist das Größte, was ich vorhaben werde und orientiert euch einfach mit den Maßen danach. Wichtig bei der Presse auch noch, der Schaumstoff da drin. Es gibt speziellen Schaumstoff für Kadex-Pressen. Der ist aber schweineteuer. Und wenn man jetzt hier gerade drei Messer hat, wo der Hund die Scheide zerkaut hat oder die Scheide einfach von Werk aus nix war und man jetzt nur drei Messerhüllen pressen will, dann ist halt einfach, ich glaube 35 Euro war das Stück, so ein Lappen ist schon verdammt viel Kohle. Ich zeige euch das mal hier. Wir haben hiermit jetzt Marius sechs Pressungen gemacht, sechs oder sieben Pressungen. Das einzige ist immer nur, dass die Platte sich abdrückt. Man erkennt am fertigen Stück später aber nichts davon. Und das ist jetzt einfach hier von so einer Yoga-Matte. Die nehme ich auf Kanzeln, um die auf die Sitzfläche zu tackern und auf die Rückenlehne. Da war ein bisschen was von weg. Ist ein bisschen dicker, ist auch nicht ganz so fluffig wie eine normale ISO-Matte. Und ihr seht es, nach sieben Pressgängen sieht das Ganze so aus und man hat halt einen Haufen Geld gespart. So viel zur Presse. Und jetzt gehen wir mal an den kompletten Entstehungsprozess einer Kaidex-Scheide. So, here we go. Ich möchte heute was bauen für meinen Puma Dexter. Das kommt mit einer Lederscheide. Die ist auch richtig schön und gut verarbeitet. Aber das Problem ist, in der Messertasche neben am Gürtel oder sowas klappt das wunderbar. Problem ist, wenn ich es jetzt am Gürtel habe, beim Durchgehen, bei Revierarbeiten oder sowas, so hochsitzbauen, es ist nach oben nur relativ spärlich gesichert. Aus dem Grund hätte ich gerne was, wo das Messer fest drin ist und die Scheide dann halt für gut an Gürtel oder in der Messertasche. Und zum Zweiten, ich habe dieses Jahr auf Drückgarten zweimal da gestanden, habe das Messer aus dem Rucksack geholt, weil ich es in der Aufbrechtasche hatte und habe dann im bunten Herbstlaub schon in winterlichen Zeitverhältnissen und Lichtverhältnissen die braune Lederscheide gesucht. Aus diesem Grund kommt jetzt orangenes Criptec drumherum. Es gibt jetzt bei der Nummer mit dem Scheidenbauen zwei Optionen. Entweder man nimmt ein Stück und faltet das später um das Messer rum. Wird jetzt erwärmt und kommt dann rum. Die andere Option wäre, man nimmt direkt zwei Platten, zwischen denen man das Messer dann greift. Wir entscheiden uns jetzt hier für die eine. Warum, zeigen wir euch gleich. Das hat nämlich noch einen ganz sinnvollen Nebeneffekt. Hier das ist meines Erachtens nur sinnig, wenn man sich einen Neckknife bauen will oder sowas, wo man wirklich darauf angewiesen ist, dass man das komplett, halten wir es mal so rum, komplett synchron hat, dass man hier oben zwei Ösen setzen kann, durch die man dann eine Kette zieht. Also, damit ihr es mal gesehen habt, kann man auch machen. Zwei gleiche Stücke und es wird gepresst. Wir entscheiden uns jetzt aber für diesen Weg. Damit wir mit dem Stoff hier arbeiten können, müssen wir den ersten Mal erwärmen. Wir haben jetzt hier 130 Grad im Ofen. Ganz wichtig ist, wenn ihr bedrucktes Skydex habt, also kein einfarbiges, legt es nicht mit der bedruckten Seite aufs Blech, sondern mit der bedruckten Seite immer nach oben. Ja, und jetzt hier einfach rein und 10 bis 15 Minuten warten. Wie das Ganze aussehen muss, dass man damit arbeiten kann, zeigen wir euch schon gleich, wenn es so weit ist. In der Zwischenzeit, währenddem die Platte da jetzt im Ofen warm wird, müssen wir noch ein bisschen Vorbereitung machen. Und zwar packen wir unsere Klinge vorher noch mit Klebeband. Hier, wir haben so ein dickes Crepeband genommen, da gibt es auch, die Profis nutzen da ein extra Thermo-Crepeband. Wir haben es mit ganz normalem Crepeband gemacht und es war überhaupt gar kein Problem. Packen wir die Klinge damit ein. Hat den Vorteil, dass wir da ein paar Hundertstel Millimeter auf die Klinge geben, dass es nachher nicht ganz Press ist. Sprich, wir dann in der Scheide immer noch so ein bisschen Mühe, Spiel haben, damit das Ganze ein bisschen Bewegung hat. Falls mal Dreck oder es reicht ja schon, wenn getrockneter Schweiß oder sowas dran ist, ist die Klinge ein bisschen dicker, dann können es schon Probleme geben. Deshalb vorher ein Crepeband einpacken und dann halt hier gleich mit der Schere sauber ausschneiden. Zweiter Vorbereitungstipp ist, wir haben jetzt hier eine glatte Klinge. Damit sind wir dann mit der Vorbereitung bei dem Messer durch. Wollt ihr irgendwas machen, wie zum Beispiel hier so eine Säge oder ihr habt, bei jedem werden wir wahrscheinlich auch das Problem kriegen, weil es leicht gebogen ist, ihr habt eine gebogene Klingenform oder wie hier diesen Haken. Wenn wir das jetzt gleich so pressen würden, würde sich die Kontur von dem Haken einpressen und wir würden es einfach nicht mehr gezogen bekommen. Deshalb einfach hier aus so einem dünnen Stückchen Laubholz haben wir hier genommen, gerade grob den breitesten Punkt angehalten, dass man dann in der Scheide wirklich auch genug Spiel hat, dass man es rein und raus bekommt. Die können wir gleich einfach zum Spaß auch nochmal durchpressen, dass ihr seht, wie das geht. So, ich hole mir jetzt die Schere, schneide das hier aus und dann geht es weiter, wenn die Platte warm ist. So, Messer ist eingepackt. Die Platte ist warm. Wir haben es jetzt immer 12, 13 Minuten drin. Also hier, das sollte die Konsistenz sein aus der ehemals starren Platte, dass das so ist, dass wir damit arbeiten können. Reinlegen und hier bei der Form oder bei dem Modus, wo wir es einfach umschlagen, ist ganz wichtig, wenn ihr es umgeschlagen habt, dass ihr nach oben auf jeden Fall genug Spiel lasst, dass halt diese Klickfunktion wirklich komplett gepresst werden kann. Sprich, wir gehen so auf die Höhe und pressen es hier so, schlagen es hier so rüber und gucken, dass der Messerrücken vom Griff hier hinten komplett bündig anliegt. So, und jetzt Schaumstoffe Nummer 1. Der Deckel ist die Nummer 2 und da kommt Marius mit der Schraubzwingung. Jetzt wird das Ganze mit 2 bis 4 Schraubzwingen. Ich denke, Marius, bei dem Kleinen werden wir nur 2 große brauchen, oder? Wir machen 4 dran. Wir machen 4 dran, sicher ist sicher. Ja, und dann geht es gleich weiter, wenn wir das Ding auspacken. So, 10 Minuten sind rum. 1, 2. 3. Komm schon, seien lieben Schraubzwingen. Die hat keinen Bock, ich drück den mal und zieh du mal runter Marius. Du hast die falsche aufgemacht. Das ist mir auch nur, dass man mit Schraubzwingen eine falsche aufmacht. Ach du hast recht, weil der da jetzt hoch geht. Wieder was gelernt, optimale Schraubzwingbedienung. Und nun kommt sie, die Stunde der Wahrheit. So, und so sieht das Ganze dann erst einmal aus. Wichtig ist, dass hier oben geschlossen ist, weil das ist später dieser Klick-Effekt, was man jetzt noch nicht so gut hört, weil ihr seht, wenn wir es jetzt auf und zu machen, geht es hier auseinander. Aber wenn es später mal fest ist, ist das dieses Klick-Klack, was man hört, was dann auch im Endeffekt das Messer in der Kydex-Scheide sichert. So, weiter geht's mit Nummer zwei, dem großen Abfangmesser von einem Kumpel von uns. Auch hier haben wir jetzt, wie eben gesagt, den breitesten Punkt von unten hier mit einfach einem Stück Holz angepasst. Verklebt ist alles. Und jetzt kommt die eben besprochene Variante mit zwei Platten. Ihr müsst nur gucken, Kydex hat immer eine ganz glatte Oberfläche und eine raue. Die raue ist die Außenseite. Also beim Einlegen schon darauf achten, dass es so ist, wie es soll. Sonst presst er einfach nochmal. So, einmal. Glatte Seite zweimal. Dann schauen, dass es grob passt und übereinander liegt. Wie hier. Schaumstoff drauf. Schaumstoff drauf. Deckel drauf. Und Schraubzink. Hier wird jetzt auch schon schön sichtbar, warum wir mit der Variante ohne Scharniere hier besser fahren. Weil ihr seht, das Abfangmesser hat natürlich einen viel dickeren, wuchtigeren Griff hier hinten als die kleinen Messer. Und da wir jetzt hinten keine Fixierung durch die Scharniere haben, können wir jetzt halt die Platte individuell anpassen. Wenn es hier hinten ein Fixpunkt durch das Scharniere hätte, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon wieder ein Problem, überall gleichmäßigen Anpressdruck drauf zu kriegen. So. Und Nummer zwei. So. Und nun die zweite Stunde der Wahrheit. Mit der Version mit den zwei Platten. Mann ey, Schraubzinger und ich sind echt keine Freunde, ey. Marius, das will nicht. Kannst du als Schreiner gelernt haben, mal bitte mir jetzt zeigen, wie man eine Schraubzinger aufmacht? Ach, mit Gewalt. Und hier, die hat auch keinen Bock. Okay, Gewalt ist also doch eine Lösung. So. Deckel ab. Und tada. Hier haben wir schön die Kontur nachgefahren. Die Parierstange hier, wo es dann später einklicken soll, ist sauber gepresst. Und alles ist gut. Wir rollen jetzt hier das Feld, weil wir machen jetzt hier noch ein bisschen Feintuning vorm Anzeichen. Tralala. Und Marius macht jetzt hier weiter. Der macht nämlich auch ein cooles Video. Das wird auch den einen oder anderen interessieren. Dazu aber gleich noch mehr. So. Aus der Presse raus. Komplett abgekühlt. Jetzt sieht man halt hier, das ist der Nachteil, dass sich die Platten hier so ein bisschen verschieben. Weil es kommt hier hoch, geht da rein. Wir haben ein bisschen Verzug. Deshalb immer ein bisschen mehr Spiel lassen. Was ich eben gesagt habe, der Vorteil bei der ganzen Nummer ist, wir haben hier unten jetzt ein Loch drin. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist aber ganz schön eklig und sieht nicht so schön aus. Das hat aber einen ganz gewissen Vorteil. Die Amis nennen das Drain Hole. Sprich, ihr habt jetzt aufgebrochen und habt noch Schweiß oder Haar oder sowas da dran und ihr wollt die Hülle irgendwann mal sauber machen. Wenn ihr unten ein Loch habt zum Ablaufen, könnt ihr die einfach unter fließend Wasser stecken und dann in einer Flaschenbürste oder sowas mit einer kleinen Drahtrundbürste einfach da rumstochern und unten kann die Brühe wieder ablaufen. Wenn wir das jetzt komplett zu pressen würden und unten keinen Ablauf hätten, hätten wir halt einfach das Problem, dass das Wasser darin stehen bleiben würde. Also entweder mit Falten so oder bei der großen Messerhülle einfach unten einen Schaschlikspieß oder sowas an die Spitze legen, der rausläuft. Gegebenenfalls, Marius hatte die Idee, dass man es einfach dann von unten an der Messerspitze anbohrt. Also Hauptsache ist immer, dass unten ein Ablauf ist, dass wenn man das Ganze mal reinigen möchte, dass man dann auf jeden Fall einen Wasserabfluss unten hat. So, und jetzt kommt im Endeffekt so, ja, das Filigranste, was ich so überhaupt gar nicht kann, ist, wir müssen dem ganzen Ding jetzt irgendwie eine Form geben. Wir haben hier den Knubbel, da soll das Ganze verriegeln. Das heißt, wir können hier quasi glatt runtergehen, nehmen hier den Knubbel mit und jetzt müssen wir fühlen, auf dem gemusterten Kaidek zieht man es leider relativ schlecht. Hier ist unsere Klinge. Wir brauchen auch noch ein bisschen Platz für die, für die, für die, ach man, Nieten. Deshalb mache ich das jetzt hier einfach mal freehand. Einfach, dass wir so einen groben Abstand haben, der für die Nieten reicht und die komplette Endformgebung geben wir dem Ganzen dann doch nachher am Ende auf den Bandschleifer. So, hier wäre jetzt der Grat, hier wo der Bleistift liegt. Auf dieser Seite, da hört die Klinge auf. Wir haben hier genug Futter für die Nieten und hier kann man jetzt hingehen und dann nehmen wir eben hier was weg, setzen wir da nachher eine Niete rein und gehen dann hier runter, dass das jetzt erstmal die grobe Form ist. Ob das jetzt hier unten so eine Nase wird, rund geschliffen wird, wir es noch steiler machen, das entscheiden wir, wie gesagt, nachher, wenn die Nieten drin sind, komplett erstmal auf dem Bandschleifer. Dann so zum Feinschliff. So, ich wurde jetzt belehrt, dass meine Anzeichnung doof war und deshalb macht Marius, der hat das da wesentlich besser drauf mit so freies Sie zeichnen, der malt das jetzt nochmal neu ein. So, Marius hat das jetzt hier nochmal schön gemalt und hat mir auch nochmal, weil das hier auf dem Gemusterten, wie gesagt, so schlecht zu sehen ist, wo die Klinge ist, hier nochmal einen zweiten Hilfsstrich gemacht. Ja, und jetzt gehen wir einfach hin und machen Punkte, wo wir gleich für die Nieten bohren werden. Da ist es, gibt es, also in meinen Augen gibt es da keine feste Faustregel, die Nieten sollten ordentlich verteilt sein, dass man überall Druck hat und dann kommt die Frage der Befestigung am Gürtel. Wir haben hier die, die originale heißen Tech-Locks, das hier ist ein Nachbau aus Buxtehude, erfüllt aber denselben Zweck und die werden auch später einfach geschraubt. Aus dem Grund habe ich jetzt hier unten ein Loch für eine Nietenbohrung gesetzt und hier, dass es unten schön zusammenbleibt. Und jetzt habe ich hier eben schon mal gemalt, da, dann hätte ich gerne, dass es so tief wie möglich sitzt. Deshalb machen wir dann hier ein Loch für das Tech-Lock und hier ein Loch für das Tech-Lock. Die ersetzen dann quasi die Nieten, also brauchen wir da nichts mehr zu nieten. Dann ist hier der Punkt, wo es später einklicken soll. Genau hier ist diese Erhebung, sprich da brauchen wir auch Druck drauf, dass wirklich dieser Klack-Effekt ist. Deshalb setzen wir hier noch eine hin und setzen dann zum Abschluss hier oben noch eine hin. Und das ist der Moment, wo der Kuli nicht mehr schreibt. So, hier oben jetzt über diese große Kante nicht abschrecken lassen, das machen wir nachher nach Lust und Laune, nach Geschmack. Das haben wir jetzt einfach nochmal stehen gelassen, um später zu gucken, wie es aussieht. Ja, und jetzt heißt es Akkuschrauber Marv. Das ist schlimm, wenn ich in den Tisch bohre. Das war der ganze Spuk. So, gebohrt ist jetzt alles. Und jetzt aufpassen, haben wir nämlich bei unserer ersten Kadex-Steine, die wir gebaut haben, auch falsch gemacht. Jetzt genau nachdenken, bin ich Rechtshänder, bin ich Linkshänder. Ich bin Rechtshänder, ich möchte das an meiner rechten Seite tragen. Also ist das hier die Innenseite. Einfach nur fürs Auge, da das schöner aussieht. Nieten wir dann natürlich, dass die schöne breite Nietenseite nach außen zeigt. Bin einfach hier eingesteckt. Dann kommt ein Knöbel hier drum. Zapp, zapp, Niete ist drin. Für die Tech-Lock-Befestigung sollte man jetzt größere Nieten nehmen und dann da die Schrauben, die bei dem Tech-Lock mitliegen, durch die Niete führen. Wir haben das aber probiert, wenn wir einfach das Loch nehmen und dadurch schrauben, dann haben wir ein einheitlicheres Bild, weil wir nicht diese riesen Monster-Nieten nehmen müssen. Und das hält genauso gut. Das ist dann aber auch wieder Geschmackssache und jedem selbst überlassen. Also da geht Geschmack dann bekanntlich auseinander. Wir machen es jetzt einfach mal so und ihr seht dann gleich das fertige Produkt und könnt dann für euch entscheiden, ob ihr das so gut findet oder ob ihr es lieber, ja ich will letztlich sagen, richtig anders macht. So und da ich bekanntlich sehr tollpatschig bin und Marius das mit der Stift und... Entschuldigung. Und dann wahrscheinlich auch Sägeführung als Schreiner, Säge prädestiniert, besser kann, wird Marius jetzt das Ding da schnell zusammensäbeln. Go! So, erster Streich dann. Hier die Kante, hatten wir bei der ersten Hülle, die wir gemacht haben, so steil stehen lassen. Kam bei Instagram der Tipp, dass das super wehtut, wenn man sich hinsetzt und sich das neben in die Seite rammt. Stimmt, aus dem Grund wird das jetzt noch schnell schön rund gemacht. Hier ein bisschen Futter lassen, um das wir es nachher noch abschleifen können. Genau. So, Marius hat es geil gesägt und geschliffen und jetzt kommt quasi nur noch die Hochzeit. Wir wollen es so rum am Gürtel haben, also gehen wir so hier drauf, machen Klick und machen Klick. Und Nummer zwei, jetzt können wir das Ganze hier hinten zuklicken und sichern, haben eine große, breite Schnalle, die wir hier hinten dann auch noch, indem wir hier diesen Steg versetzen, an die Gürtelbreite ansetzen oder anpassen können. Und wenn ich jetzt noch wüsste, wo das Messer ist, da liegt das Messer. Kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Da haben wir wieder ganz schön gut zugeklebt hier. Mache ich gleich ab. Geht jetzt nur um den Vorfüll-Effekt. Klack rein, klack raus. Hallo. Gerade probieren. Klack rein. Und klack raus. Das ist der Winkel, wenn du nur ein bisschen verkeilst, dann hast du hinten zu viel Druck. Also wenn man es wirklich gerade macht, so wie wenn es am Gürtel hängen würde, ist es Ast rein. Und Nummer eins ist fertig. Puma Dexter im neuen Gewand. Für das große Abfangmesser gilt jetzt das Gleiche. Marius hat sie schon grob vorgemalt. Wir haben die Löcher angepasst, wo wir hinwollen. Das machen wir jetzt fertig, aber außerhalb der Kamera, weil das ist genau derselbe Prozess wie hier, nur in mehr und länger. Und wir wollen das Ding auch nicht unnötig in die Länge treiben. Und dann zeigen wir es euch einfach, wenn es fertig ist. So Freunde der Nacht. Nummer eins ist komplett fertig. Und hier ist jetzt Nummer zwei. Bei den großen Messern mit der großen Paris-Stange hat man das Problem, dass man diesen Klick-Effekt nicht kriegt, weil das muss ja auch irgendwie wieder da reinkommen. Deshalb hier ein bisschen aufgebogen. Das Ganze wird jetzt noch fertiggestellt, ist noch nicht ganz fertig. Hier hatten wir mal testweise einfach ein Stück Leder. Das habe ich aber viel zu kurz gekauft. Das kommt hier hinten ran. Also wird einfach durch die oberen beiden Nieten hier geschraubt. Da muss die Schluppe halt einfach doppelt so dick sein. Dann gibt es hier Chicago-Skues, heißen die. Die werden dann da durchgeschraubt. Und dann kann man oben auch einfach noch einen Fangriemen mit einem Druckknopf dran machen. Da muss ich aber dann noch mit unserem Kumpel Ahndt, das ist ein Messer, das ist besprechen, in welcher Farbe, wie hoch und trallala er das gerne hätte. Das hier ist auf jeden Fall jetzt Todi komplett fertig. Ein bisschen nachher noch den Bleistift abmachen, aber ultra geil. Bin sehr stolz auf uns, Marius. Ja, und jetzt seht ihr hinter mir noch, wir haben die beiden Messer gemacht. Immer noch eine Presse. Da ist noch was anderes drin, womit wir wieder beim Thema wären, warum wir keine Janiere gebaut haben, weil man vielleicht etwas Dickeres pressen möchte. Ja, das ist eine Glock. Und bei Marius gibt es ein Video zum Thema Kaidex-Holster für die Glock selbst bauen. Das verlinke ich euch da oben. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende eines, ich glaube, es wird ein sehr langes Video. Aber hier, es war auch viel Zeug zu erklären. Einmal angekommen. Wie immer, wem es gefallen hat, wer es brauchbar fand, denkt dran, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Horido und Weidmannsheil.